Hallöchen, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer kleinen kurzen Stream-Ankündigung. Ja, es ist Sonntag und ihr wisst Bescheid, Sonntag ab 16 Uhr ist immer Guild Wars Sonntag und ich freue mich schon wieder total drauf. Ihr wisst, ich liebe das Spiel und ich habe das glaube ich noch nicht oft genug gesagt. Doch, ich habe schon verdammt oft genug gesagt. Ich liebe einfach Guild Wars 2 und dementsprechend ist es mir immer wieder eine Freude, den Guild Wars Sonntag einzuleiten. Also, heute ab 16 Uhr geht es wieder los auf twitch.tv slash juliatrin guildwars2. Was werden wir heute machen? Ich würde heute gerne erstmal so ungefähr ein Stündchen ein bisschen Welterkundung mit meiner Valdi machen. Einfach um erstmal gemütlich in den Sonntag reinzufinden, auf den Chat gut eingehen zu können und so weiter und so fort, weil dann würde ich gerne später ins PvP fetzen. Ihr wisst ja, wie das mit dem PvP so ist. Da ist es während der Matches immer ein bisschen schwer auf den Chat zu achten. Das heißt, es ist immer zwischen den Matches kein Problem. Während der Matches dauert es immer ein kleines bisschen. Und deswegen möchte ich gerne im Vorfeld erstmal ein bisschen Welterkundung machen und dann geht es eben weiter. Ich habe jetzt keine speziellen Gebiete vor. Meine Valdi hat kreuz und quer alles mögliche erkundet. Dementsprechend fette ich es mal dorthin und mal dahin, je nachdem, was halt gerade eben so von Interesse ist. Und werde dann eben gucken, was halt so noch an Gebieten da ist, die wir zügig abschließen können. Und das wäre halt eben der Plan. Wie gesagt, ein bisschen mit der Wahl, die Welterkundung. Dann starten wir ab ins PvP. Meine Ehle darf sich wieder schön durchs Ranked durchkämpfen. Und dann vielleicht nochmal ein bisschen Welterkundung. Je nachdem, wie die Lust und Laune im PvP ist. Ihr habt mitbekommen, es ist immer wieder ein bisschen schwierig mit diesem ganzen Gewinnen, Verlieren, Gewinnen, Verlieren, 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 Gewinnen, Verlieren, Gewinnen, Verlieren, Verlieren. Habe ich schon Verlieren gesagt? Ja, ungefähr so läuft es leider ab momentan, was ich sehr traurig und sehr schade finde. Aber ich lasse mich davon nicht unterbuttern. Dementsprechend, ich hoffe, wenn ihr Bock habt, schaut da vorbei. Wie gesagt, twitch.tv.de. Alles steht aber ohnehin nochmal unten in der Videobeschreibung. Ich freue mich auf euch. Also, bis dahin. Tschüss!